Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute wird höchstwahrscheinlich eins der Videos sein, in dem ich mit der meisten Energie und der meisten Glückseligkeit euch die Sachen präsentiere, die jetzt am Mittwoch mit dem Season-Update kommen. Bevor wir damit anfangen, möchte ich eine Sache kurz erwähnen. Und diese Sache hat mich vor einer Stunde erreicht. Es ist eine E-Mail gewesen, eine Business-E-Mail über meinen YouTube-E-Mail-Account. Und es könnte sein, dass das höchstwahrscheinlich eine der geilsten Business-E-Mails ist, die ich jemals bekommen habe. Ich bin, seitdem es Displays gibt, ein Riesen-Fan dieses Unternehmens und ein Riesen-Fan von der Möglichkeit, meine Displays überall auszuhängen, ohne wie früher mit Poster, Tesafilm abgerissen, kaputt. Ihr seht es im Stream, die, die mir da folgen. Ich habe seit über drei Jahren mein, das ist mein größtes Display. Ich habe noch ganz viel hier an der Wand, weil ich mal andersrum sitzen wollte. Das ist von Gugu. Ich bin ein riesiger Yu-Gi-Oh!-Fan, Dragon-Boy-Fan und sonst was. Dieses Display begleitet mich seit drei Jahren und ich habe eine ungesunde Menge an Geld in den letzten Jahren dafür ausgegeben und habe vor eineinhalb Jahren versucht, mich bei Display als Partner zu bewerben. Und Display hat entschieden, dass ich nicht genug Reichweite habe, nicht groß genug bin, nicht gut genug bin, weiß ich nicht. Und ich habe heute tatsächlich das Angebot bekommen, zukünftig Display-Partner zu sein. Und ich habe eben gerade vor fünf Minuten meine Antwort abgeschickt und die Antwort lautete mit einem freaking Yes noch ein paar Sachen dazu. Aber ja, auf jeden Fall. Ich werde es euch offiziell in den nächsten Tagen hoffentlich vorstellen dürfen und ich freue mich riesig. Und es ist ein bisschen Lohn für meine Arbeit, für mich selber. Ich bin unfassbar stolz darauf. Das darf ich den Jungs und Mittels dort nicht sagen. Aber ich hätte, um Partner zu werden, das einfach auch umsonst gemacht. Mir ging es bei Display noch nie darum, dass ich da irgendwie Geld verdienen kann, sondern ich liebe diese Firma, ich liebe Displays, meine ganze Wohnung ist damit voll. Und es ist einer der glücklichsten YouTube-Momente, die ich jemals habe. Deswegen GG, Leute, und vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Wenn ihr nicht so fleißig auf das klickt, was ich euch präsentiere, wäre das bis heute nicht möglich gewesen. Ich liebe euch, wirklich vielen Dank. Aber es geht ja auch um das, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Deswegen kriegt ihr jetzt eure Infos von mir zur Season 2. Plus eine ganz, ganz klare Erklärung vorab. Viele von euch feiern den MWZ-Modus, also den Modern Warfare Zombie-Modus. Und vielen von euch ist aufgefallen, dass hier, ihr seht das hier, ich muss mal gucken, hier seht ihr das, die all die Sachen erst in der Season kommen. Also nicht am Anfang, sondern in der Season, zur Mid-Season ungefähr. Und viele von euch haben mich gefragt auf meinem Discord, ihr seid herzlich eingeladen, im Twitch-Kanal, Livestream-Chat, warum das so ist. Die Erklärung ist einfach, alles, was Treyarch an Ressourcen für den Modern Warfare Zombie-Modus hatte, wurde komplett von Microsoft in die Entwicklung für COD 2024 gesteckt. Komplett. Jeder einzelne Mitarbeiter, der bisher an Zombies gearbeitet hat, der bisher an irgendwas gearbeitet hat, wurde komplett in die Entwicklung des Games für dieses Jahr gesteckt. Clever von denen. Und Binox und Raven übernehmen so ein bisschen hier jetzt den Zombie-Modus und das, was dann noch an Updates kommt. Deswegen ist ein schwacher Trost für viele Zombies-Fans. Deswegen kommt eben ganz viel Content für euch, unter anderem ein neuer Warlord, neue Baupläne, neuer Dark-Ether-Rift und eine neue Story-Mission. Erst in der Season, unter dem Hintergrund, kann man es vielleicht etwas nachvollziehen. Habt Geduld, euer Modus wird weiter supported. Und ich glaube, ich hab gelesen, Binox, ich bin nicht 100% sicher, wer auch immer es übernimmt, die sind da in guten Händen, denn ich hab das Gefühl, dass sie mit dem Modern Warfare Zombie-Modus einen Weg eingeschlagen haben, der sehr vielen gefällt. Dazu muss man sagen, es gibt etwas, was mich vielleicht noch nicht ganz so geil macht, wie die Thematik mit diesen wunderschönen Bildern hinter mir, aber eine, die mich trotzdem glücklich macht. Und zwar, wenn ihr hier unten guckt, es gibt eine Cross-Cooperation mit AMZ, mit, ihr wisst es, ihr seht es, Rick Grimes, Michonne, leider kein Daryl bisher, ich hab noch keinen gesehen, mit The Walking Dead. Es werden Skins für The Walking Dead kommen und die gesamte Season steht so ein bisschen unter dem Hintergrund von Zombie. Okay, umso blöder natürlich, dass kein neuer Zombie-Content sofort kommt, aber, und ich sage das so, wie ich das kann, und ihr Chat, ihr dürft mich jetzt hassen, ihr dürft mich verurteilen, ihr dürft mich einen Lügner nennen. Ich werde euch kein Geld darauf geben, dass ich mir nicht Rick Grimes und Michonne im Battle Pass oder in der Season als Charaktere kaufe, denn eine der besten Serien der letzten 10 Jahre, die ich gesehen habe, wie ich eine Top 3 machen müsste, ganz spontan, Walking Dead, Breaking Bad, Game of Thrones. Da kommt nicht viel ran, ich bin ein riesiger Walking Dead Fan, ich hab Fear the Walking Dead gesehen, ich hab Walking Dead gesehen, ich freue mich über alles, was aus dem gesamten Universum kommt und die Tatsache, dass wir da ein Cross-Bundle haben und eine Cross-Zusammenarbeit, absolut krass. Das heißt, kommt in der Season, kommt mit im Battle Pass, ich wünsche euch damit viel Spaß, ich hoffe, es wird gut. Lasst uns einmal Warzone abhandeln, ihr wisst, ich bin kein Warzone-Fan, ich werde niemals ein Warzone-Fan sein, ich finde es langweilig, aber da kommt Content und das große Omega, was darauf kommt, ist Fortunes Keep Resurgence kommt zurück und das ist etwas, was ich euch letztes Jahr bereits mitgeteilt habe, da waren die relativ offen drüber, in veränderter Variante, ihr habt zum Beispiel Brücken, die ihr hoch- und runterfahren lassen könnt, ihr könnt im alten Weingut, wo meiner Meinung nach der Top-Spot zum Landen damals war, mit Action zusammen, könnt ihr Wasser unten einfüllen lassen, ihr könnt Wasser wieder rauslaufen lassen, wir bekommen Power-Ups in Fortunes Keep, es gibt einzelne Veränderungen am Pier unten, es gibt eine neue Beleuchtung, das heißt, die ganze Karte wurde an einzelnen Themen nochmal überarbeitet, hier, man sieht es ein bisschen an dem Image, es ist alles etwas von der Farbstruktur geändert worden, mit dem Movement-System, was wir jetzt haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fortunes Keep sich gut spielen wird und dann in ein paar Tagen oder eher Wochen wird Rebirth Island zurückkehren, also für alle von uns Researchance-Fans, die Fortunes Keep und Rebirth Island als Karten gut fanden, beide kommen jetzt und später zurück, ich freue mich sehr drauf. Es wird wieder diese Portable Decontamination Stations geben, diese PDS-Systeme, für die sie es schon vergessen haben. Ihr konntet geile Plays machen, ihr wart im Gas, hattet keine Gasmaske, ihr musstet euch irgendwie wiederbeleben, ein Teammate helfen, ihr musstet irgendwie eine Rotation machen, im Gas ging es nicht, ihr konntet ein PDS werfen, das PDS hat euch und eure Teammates um euch herum für, ich glaube, 13 Sekunden oder so vom Gas beschützt, man konnte Leben regenerieren, Stims regenerieren, viele coole Plays wurden gemacht, viele Dinge wurden getan, viele Sachen wurden gesagt, das kommt jetzt wieder zurück und mit einem kleinen Bonus dazu, wenn ihr ein PDS im Gas an einer Buystation werft, die durch das Gas geschlossen ist, öffnet sich die Buystation wieder für euch. Meiner Meinung nach großartige Idee dahinter, freue mich sehr darauf und hoffe, dass wir alle sehr geile Plays damit hinden können. Es wird ein neues Rogue Signal Public Event geben, darüber weiß ich allerdings nicht allzu viel, es wird in Fortune Skip Zombie Power Ups geben. Mit dem einen habt ihr 25% mehr Speed bei Sprints, ihr habt Unlimited Tech Sprint bei dem einen, ihr habt keinen Fallschaden beim anderen für ein paar Sekunden, sehr viele Power Ups, die euch auf der Karte am Anfang helfen. Ich hoffe, sie balancen es so, dass es für alle auch wirklich Fun macht und nicht einfach nur frustrierend ist, abhängig davon, wer gleich am Anfang in eins der Power Ups reinläuft, es aufnimmt, dringend ist, je nachdem, wie es funktionieren wird. Es wird eine Bunkerbuster Killstreak geben. Diese Bunkerbuster Killstreak wird auf einem Bereich, den ihr ausweht, Raketen von einem Kampfflugzeug fallen lassen und diese Bomben und Raketen verursachen eine Gasexplosion und dieses Gas geht in die Gebäude und tötet die Leute in den Gebäuden. Ich kann nur hoffen, ich kann es wirklich nur hoffen, dass es ordentlich gebalanced wird. Denn solche Ideen sind großartig, so lange, wie man damit nicht den gesamten Gameflow von so etwas kaputt macht. Das heißt, ich freue mich sehr auf Fortune Skip, Ich bin sehr gespannt, wie es sich spielen lässt. Ich hoffe inständig, dass es Lobbys sind, die man spielen kann und wo man wirklich Spaß haben kann. SBMM hin oder her. Wir kriegen neue Waffen dazu. Das betrifft jetzt sowohl Warzone als auch den Multiplayer. Es ist die BP50, die RAM 9 als SMG. Es ist die SDA Subverter. Die sieht, und ich als Tarkov-Gamer mittlerweile, für mich sieht die aus wie eine MK17. Ich bin mir nicht sicher, sieht aber ein bisschen so aus. Ansonsten korrigiert mich. Und ein Messer, beziehungsweise ein Schwert, ein Soul Render. Dazu neue Aftermarket-Parts. Bin kein Fan davon, sag ich euch, wie es ist. Es gibt Kate und John Doe im Black Cell Pass. Kauft den nicht, es ist Scam. Und im normalen Battle Pass Kate Lesbill. Könnt ihr von den COD-Points kaufen, wenn ihr den Battle Pass eh durchspielt. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Ein Black Cell, nein, alles andere ist okay, sag ich mal. Dazu kommt eine Ninja-Weste. Etwas, was ich von Anfang an mir erhofft hatte und wo ich mich sehr freue, dass es da ist. Nämlich, Ninja-Weste erlaubt euch, Wurfmesser alle 25 Sekunden wieder erneut zu haben. Erlaubt euch, lautlos euch zu bewegen. Und ihr habt den großen Vorteil damit, dass ihr keine Effekte mehr abbekommt. Zum Beispiel eine Granate, die in der Nähe von euch trifft, die verlangsamt euch ja wie ein MW. Das ist hier mit der Weste nicht mehr. Das Geile daran ist, diese Ninja-Weste erlaubt uns, andere Sneaker als verdeckte Sneaker zu spielen. Freue mich sehr, dass es mit reinkommt. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wir es bekommen werden. Und jetzt bekommen wir es. Was bedeutet, der Baum zu Stalker als Sneaker zum Beispiel ist jetzt offen. Ich bin sehr gespannt und werde das erste Mal seit über einem Monat aktiv am Mittwoch die neue Season spielen live. Ich bin komplett im Tarkov-Fieber. Ihr wisst das seit Monaten. Aber mir persönlich macht der Content einfach am meisten Spaß, über COD zu machen. Abgesehen davon, dass ich halt Tarkov am liebsten spiele und zeige. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das am Mittwoch spielt. Ich hoffe, die Server halten und es wird gut. Warzone hat wirklich so krank, was da teilweise kommt. Also Fortunes gibt neue Verträge, es gibt neue Wunderwaffe, es gibt die Zombie-Power-Ups. Es ist geisteskrank, aber Multiplayer bekommt Gott sei Dank trotzdem etwas. Und zwar kriegen wir Stash House. Das ist eine winzig kleine 6-gegen-6-Karte, die auch in 2-gegen-2-Map-Pool mit drin ist. Die ist wirklich, es ist ein Vordergarten, es ist ein Haus, es ist eine Garage und das war es schon eigentlich. Es gibt Vista, es ist eine 6-gegen-6-Karte. Es gibt Departures, das sieht für mich aus wie der Flughafen, den wir haben. Auch Terminal 6-gegen-6. Operation Man ist ein neuer War-Modus, für die, die den Kriegsmodus feiern, ich finde ihn okay. Das Haus Remastered kommt in der Season wieder. Wird 6-gegen-6 sein, ist Remastered im Sinne von, wird kleine Tweaks haben zu unserer Vanguard-Version von das Haus. Karte ist okay, habt keine Einwände dagegen. Dazu kommt Skid Row, da kommt eine neue Variante in der Season. Ich bin kein großer Fan von diesen Remastered-Remakes, neue Varianten, aber es ist immerhin Content. Und was COD angeht, bin ich persönlich an dem Punkt, wo ich sage, lieber etwas Content als gar kein Content. Dazu kriegen wir Airborne, das ist auch wieder in der Season, auch eine neue Variante, bin ich auch sehr gespannt. Es wird in der Season Bounty-Modus geben, ein Team Gun Game. Ich mag Gun Game nicht. Ich, Sniper's Only, das dürfte die Hälfte von meinen Zuschauern begeistern. Und ein Jugger-Mosh-LTM, Limited-Time-Mode. Das wird eine Mischung sein aus Mosh Pit, Team Deathmatch mit Juggernauts. Können gut werden, können schlecht werden. Auf jeden Fall, sie haben da ein bisschen was gekocht und haben ein bisschen was für uns dabei. Das heißt, von der Anzahl, was der Multiplayer bekommt, ist es okay, wenn ich mir angucke, was Fortune Skip bringt, was Warzone bringt, ist es, muss man ganz ehrlich sagen, nicht zu vergleichen. Wir kriegen ein Kryptik-Bootcamp, wir bekommen eine Hordejagd, wir kriegen ein Event im Jahr des Drachen, ist ja aus Asien, und wir kriegen ein The Walking Dead for the Living Event. Das alles wird am Anfang der Season plus Mitte der Season rauskommen. Und insgesamt gesehen, muss man das ganz ehrlich sagen, ist das Content, der durchaus unterhalten kann. Mein Problem immer noch ist, dass wir immer einiges am Anfang bekommen. Das ist aber für viele Spieler nach zwei oder drei Tagen durchgespielt. Und dann ist immer eine sehr lange Zeit, bis die Mitseason kommt, bis wieder neue Sachen kommen. Ich persönlich muss sagen, ich hoffe drauf, dass Fortune Skip gut wird, weil auf Researchance freue ich mich. Da habe ich so ein bisschen meine Sporen mittlerweile, in den letzten zwei Jahren. Ich bin gespannt, wie die Ninja-Westel-Multiplayer sich spielt. Mir fehlen tatsächlich immer noch 16 Waffen mit der letzten Tarnung. Ich habe eigentlich alles fertig, bis auf die letzte Tarnung. Da werden wir im Mittwoch mal mit einsteigen. Und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video heute gute Laune, gute Vibes, gute Infos gebracht habe. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und vielen Dank, Leute, für die Hilfe, dass ein Unternehmen wie Displate wirklich der Auffassung ist, wir wären groß genug, gut genug, qualitätsmäßig gut genug und haltsam genug, dass wir so eine tolle Brand präsentieren können. Ich freue mich riesig drüber. Und das habe ich euch mit zu verdanken. Und deswegen danke. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video.